ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation gilde nummer eins gegen die gentleman's liga unser vorletztes match ja man und ich freue mich riesig das ist mega geil also schon mal pandora pandora fangen wir an mit peter hola 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 ok draw me tiene ist jetzt ok alles klar Oh la 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 la. Alles klar. So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen hier. Dass wir den da oben ganz schnell wegbekommen. Weil der wird jetzt sonst etwas anstrengend, muss ich sagen. Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Ich könnte hier mit dem berauschten Legman noch zur Seite punchen. Nein, das ist nicht schön. Ich lasse den... Scheiße. Komm, wir machen das jetzt einfach so. Berauscht der Legman. Und da haben wir auch schon die beiden wieder weg hier. Doch, es war eine gute Entscheidung. Pandora von Gentleman's Liga. Mit... Mit 99. Gutes Match. Ja. Genau. So. Was ist das da vorne? Ey, Pink. Und da. Ich sehe überall nur noch Pink. Fortnite Video Pink. Hier Pink. Antwerp, Pink. Stille am Rad. Pink. Die Dom. Hm. Die Dom. 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 So. Und wenn ich ja jetzt wüsste, ne. Wenn ich ja jetzt wüsste, komm ich gehe jetzt volles Risiko. ich weiß nicht was da, aber das war gut gewesen glaube ich, das müsste reichen, oder? Das reicht doch, das sind nämlich 39, da habe ich nämlich den Hank Hill gleich schon wieder weg da vorne, habe ich nämlich gerne erst ins Spiel kommen lassen und jetzt habe ich natürlich nichts, womit ich hier in irgendeiner Form, aber der hat ja hier, ich habe immer noch 39 und der hat jetzt nichts gehabt zum Eilen, so und jetzt mein Freund, jetzt mein Freund kannst du von mir aus, kannst du da kommen mit dem Oktoberbräu ja, aber das interessiert mich jetzt nicht mehr wirklich, weil ich bin jetzt hier bereits durch, Kollege das Match ist auf jeden Fall entschieden ein Boro, äh, ja Scheinprozess, Lila Lila, alter Louise und das sind auch noch mal gegen der Dom, müsste das eine glatte 100 sein, oder? 90, what? ok, hat der vorne zu viel Schaden bekommen, alles klar so, also 11 Punkte bis jetzt liegen das so, dann schauen wir mal weiter ja, auch wieder knapp 43.000, das ist schon mega stark also 43k in einem Match zu holen ähm, sauber Anton77 von der Gentleman's Liga ja, viel zur Auswahl habe ich jetzt nicht, ich kann hier 31 machen und das war's dann auch schon ich hoffe jetzt nicht, dass Anton77 jetzt hier irgendwie so Oberbringer Mörder-Killer-Kombos habt oder so ah, Leon Petard das ist doch, äh ne, nochmal 34k so, aber hier werde ich wenigstens stärker komm, nochmal 30k ich kribbel ja schon fast alles dann bei dem runter ähm ähm nennst du ihn und jetzt wird erstmal gepusht push, 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 push von der Seite ganz viel pushen von der Seite dass da vorne nichts mehr passieren kann und jetzt So, weiter geht's gegen Lotus-Dragon. Lotus-Dragon. Und eine so an hier. Sluberg und Eugene Belcher wären natürlich auch eine Möglichkeit. Ich gucke jetzt erstmal, mit was der kommt. Ja gut, der heilt sich ja dann wieder hoch und dann machen wir hier die Lina. Heilt sich immer noch hoch. Ich bin nämlich jetzt hier Jeff Catmonkeys. Das wird definitiv keine glatte 100. Aber auch nicht schlecht. So, das haben wir 95. Und? Ja. Geil. Weiter geht's. so was haben wir jetzt noch 1 1 1 1 1 1 1 erinnert mich jetzt irgendwie an modern family so und jetzt haben wir wie viel schaden machen jetzt schon nach vorne 47 57 das thema ist schon durch so viel schaden kann ich einfach skippen jetzt hier das ding ja das ist nämlich gelaufen 1 1 und was sagen wir so ja ich habe zwischendrin habe ich ganz schön den frack voll bekommen also im letzten match alter vater ich habe so ein pech gehabt drei mal mit den stärksten gekämpft ich weiß auch nicht was 50 gegner 50 gegner zu hause und jetzt dreimal den stärksten vor die nase besetzt ist manchmal und da muss ich sagen da konnte ich nicht mithalten dass mich richtig zerbrechen ich glaube es war schlechtes ergebnis ich jemals hatte in dem ganzen spiel dazu dann eben auch noch andere matches ist schon wehgetan muss ich sagen jetzt waren wir hier 45 und ja jetzt soll die tom landry middle school in die china und dann kann sich jeder selber ausmalen was jetzt passiert ja und kaboom und so eine glatte 100 muss jetzt wieder ein bisschen was gut machen dann punkten ich hätte auch keine ahnung auf platz 30 irgendwann meine eigenen gilde lande ein solches ein match richtig und dann rutscht gleich mal hier was weiß ich zehn plätze nach unten oder sind es ist übel nicht immer 10 20 so starry alle so stark sind im moment 42 werden das und das wären auch 40 40 42 also jetzt ich mache es jetzt erstmal so warum weil ich nämlich den push dann noch von der seite haben kann das war scheiße das war scheiße 46 reichen nämlich nicht scheiße na gut kann man jetzt nicht ändern die schlimme tina und auch das reicht nicht doch 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 durch die revanche noch wir haben ja noch 23 revanche jetzt muss ich erstmal hier wieder zusehen dass ich wieder Leben mit hinzu bekommen verdammt nochmal Leben ich brauche Leben gegen Sterry wie viel habe ich jetzt verloren hier bei dem match 99 was sagt ihr im hintergrund dazu sehr geil so weiter geht's ja ja und die eine die ist nur nicht ins wasser gegangen weil sie die morning routine nicht mitgemacht hat verstehen nur die leute in den dschungel camp gucken so ähm 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 das ist aber auch schwer jetzt gerade ne ist ein echt eine schwere entscheidung äh 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 ich muss es jetzt nicht wirklich so rum machen oder äh äh das ist scheiße ich mach's jetzt so rum so erstmal so jetzt so jetzt so so ok ok jetzt sind wir erstmal wieder zurück im match und jetzt gucken wir mal eton 1 wie viel 100 was sagt ihr im hintergrund so 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 noch 2 2 2 matchs sind noch offen dann haben wir auch das wieder geschafft vorletztes rumble match und aktuell stehen wir echt gut da recht toran sind in der top 100 schlopplatz 76 oder was gewinnen jetzt dieses match hier ist eigentlich auch relativ egal was was im letzten match passiert viel kann nicht mehr schief gehen danach so karate ist du chef katt bin halte wenigstens wieder leben hoch gegen echt oder dann ja komm mach mal noch den gene leader jibbi der sieht genauso aus wie kinder im hintergrund was sagt ihr dazu jibbi guck so ungefähr sieht er aus äh so chief leader gene leader sooo nächstes match eins noch 13 minuten zu spielen so babatom da gehen wir jetzt mal so vor weil jetzt kann ich gleich schon hier die flügel mutter spielen und dann sollte sollte eigentlich das vorbei sein ist es aber nicht weil das wieder mal nicht so gelaufen ist wie ich mir das eigentlich gedacht habe so jetzt ist es aber vorbei kollege so babatom so fertig alles klar jetzt kommen wir mal 94 noch im letzten match flügel mutter du hast verkackte was hat ihr mit der grund jibbi so match gewinnen wir ich schau mal hier mal schnell noch rein 44 haben bei denen gekämpft sehr gut kathleen wieder mit der glatten 1000 unbelievable typikulada chris dennis runovski brownie exe manuel k robert junket lord ado jesse teglis hergleich burgerboy nutty nate mimo bounty homer jay the king kings tulares il guru updamm spider amipalan krankus dietronic wurf michael topdas gekomoria der pate apokalyptica brian xd ulrike k thomas koki sonja alessio oliz henska henni strommi huicho eatfreshfood manubaya und gamergai und wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein like da schreibt was im kommentar und abonniert den kanal schenzen sie mal wieder ein zuerst in den mitten trotter mit mir im englischen auch noch anmerksam ist dann und tschüss